Was erlebe ich, Wozzeck? Ein Mann, ein Wort. Ei, 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 was denn, Herr Doktor? Ich hab's gesehen, Wozzeck, er hat wieder gehustet, auf der Straße gehustet, gewählt wie ein Hund. Gebe ich ihm dafür alle Tage drei Groschen, Wozzeck. Das ist schlecht, die Welt ist schlecht, sehr schlecht. Aber, Herr Doktor, wenn eine die Natur kommt, die Natur kommt, die Natur kommt, Aberglaube, abscheulicher Aberglaube, hab ich nicht nachgewiesen, dass das Zwerchfeld im Wilden unterworfen ist. Die Natur, Wozzeck, der Mensch ist frei, in dem Menschen verklärt sich die Individualität zur Freiheit. Wo ist denn Essen? Hat er schon seine Bohnen gegessen, Wozzeck? Nichts als Bohnen, nichts als Hüsenfrüchte, mehr per sich's. Die nächste Woche fangen wir dann mit Schöpze gleich an. Es gibt eine Revolution in der Wissenschaft. Eiweiß, Fette, Kohlenhydrate, und zwar Oxidamidrat, aber er hat wieder gehustet. Nein, ich ärgere mich nicht. Ärger ist ungesund, ist unwissenschaftlich. Ich bin ganz ruhig, mein Puls hat seine gewöhnlichen Sechzig behüht. Wer wird sich über einen Menschen ärgern, wenn es noch ein Wolch wäre, der einem unpöslich wird? Aber, aber, Wozzeck, er hätte doch nicht Huse sollen. Sehen Sie, Herr Doktor, manchmal hat man so'n Charakter, so'ne Struktur, aber mit der Natur ist's was anders. Sehen Sie, mit der Natur, das ist's, wie soll ich denn sagen, zum Beispiel, wenn die Natur, wenn die Natur aus ist, und die Welt so finster wird, dass man mit den Händen an ihr herumtappen muss, dass man meint, sie verwind wie Spinnengewebe, ach, wenn was ist und doch nicht ist. Ach, ach, Marie, wenn alles dunkel ist und nur noch ein roter Stein im Westen, wie von einer Ässer, dann war es ein bisschen und nicht still entfließend. Herr Doktor, wenn die Sonne im Mittag steht und es ist, das ging die Welt in Feuer, hat schon eine fürchterliche Stimme zu mir geredet. Gott sagt, er hat eine Abgeratio. Die Schwämmen, da haben Sie schon die Ringe von den Schwämmen am Boden gesehen. In den Kreisen, Figuren, wie das lesen könnte, was hört, er kommt ins blanen Platz, er hat eine schöne, fixe Idee, eine köstliche Ab erratio, mentalis, partialis, zweite Species, sehr schön aus der Welt. Bozek, er kriegt noch mehr Turale, ob er noch alles, wie sonst, rasiert seinen Hauptmann, wenn fleißig Molte isst seine Brunnen. Immer ordentlich, Herr Doktor, wenn das Belastet liegt das Wald, warum tue ich's ja. Er ist ein interessanter Fall, halt er sich vor Kraft. Bozek, er bringt noch einen Groschen mir zu danken, was muss er aber tun, was muss er tun, was muss er tun, was muss er. Wollen essen, das Schnapsenfleisch essen, kann nicht rusten, seinen Hauptmann als lehre, dazwischen die fixe Idee kriegen. Oh, meine Theorie, unsterblich, 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 unsterblich. Bozek, zeig er mir jetzt die Zunge. Bozek, các Mommy poco . Aber , Vielen Dank.